Los geht's weiter! Mystic Ruins? Ja, dann gehen wir mal in die Mystic Ruins damit. Darf ich vielleicht die Kamera mal drehen? Dankeschön. Also Tails scheint generell nicht so viel Content zu haben wie Sonic, was ich aber auch nicht schlimm finde. Man muss ja wieder nicht alles kopieren. Storytechnisch sind wir eigentlich auch durch, mehr oder weniger. Das ist ja die gleiche Story aus verschiedenen Blicken hin. W-what? Alter, kannst du vielleicht... Hooray! Das dir gefällt mir nicht, da man nichts sehen kann. Und die Geschwindigkeit wird ständig unterbrochen. Ah ja, bitte. Auf geht's! Alright, Tails! Hey, hey, hey! Du hast es geschafft! Wenn zwar nicht die ganze Zeit irgendwelches Slalom-Dinger fahren würde, könnte ich den gar nicht einholen. Du hast es geschafft! Ich habe es geschafft! Deshalb stirbt Hailstreck erst einmal! Ah, nicht das schon wieder! Ja! Ja! Ich habe es geschafft! 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 okay was so nicht wo bist du wieso muss jetzt ein sieben oder achtjähriger junge gegen knuckles kämpfen warum macht knuckles das das ergibt null sinn oh no oh no wo kommst du her das ist die esmeralde du zwei sind schmerzende Idioten, du kennst das hey, die sind... die Chaosesmeralde die sind so leicht verabschiedet all ich habe war warten, um es zu mir zu bringen was ist er überhaupt nicht zu sagen? wie geht es zu sagen, das ist ein bisschen zu sagen wirst du dich nicht zu sagen, dass du dich getrenzt hast du dich getrenzt hast du dich getrenzt hast du mich getrenzt hast du dich getrenzt hast du mich wieso geht's, knuckleheads wieso, knuckles ha 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 vier! 4, count them! 4 Emberies! Ich summon Chaos! Komm fort! Hier, Etab! Oh, nein! Es verändert wieder! Das heißt, ich muss jetzt diesen Bosskampf wieder machen, aber mit Tails. Oh Gott, das ist doch nur doof. Aber ich kann auf dem Wasser stehen, glaube ich. Was soll ich tun? Die Kamera bleibt leider auch nicht auf Chaos. Das ist richtig doof. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Und! Aha! Meganen fliegen oder wie? Kamera funktioniert hier wirklich... Kann ich wirklich gar nicht here beeinflussen. Okay. Kann er vielleicht Warum funktionierte das gerade nicht Ich muss von vorne in ihn reinfliegen, aber Einmal noch Ich muss von vorne in ihn Das war jetzt aber auch nur ein Krampf. Wenn jetzt nochmal Skychase-Act kommt, ne? Das ist aber dann nur recycelt. Weil sich daran wahrscheinlich dann nichts anders spielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, wir können ihn weg. Let's get to my workshop and we'll take the tornado. Yeah! You guys go. Ich habe ein bisschen unfinishedes Business, um zu beurteilen. Kein Problem, Knuckles. Wir werden hier alles beurteilen. Komm schon, los geht's! Was ist das Problem? Was erwartet du? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es noch irgendwo Secrets gibt, die ich mit Tails holen könnte, aber... ...ich wirst du jetzt nicht, wo... ...Sonic, warte hier für einen Moment! ...ich wirst du fliegen? ...Donic, hopp in! Let's go! ...wirst du fliegen... ...ich wirst du weg! ...ich will ich schon mal auf. ...Ich glaube nicht, dass sie nicht sind. soniert dann wie funktioniert das hier wieso kann ich manchmal ich muss ernsthaft Leertaste gedrückt halten